Weil ich auch mal ficken will. Mich will ja eh keiner. Guck net! Die ist doch viel zu esslich. Gibt auch Männer. Wir brauchen auch mal Abwechslung. Dafür bezahl ich, wenn ich in den Puff gehe. Weil's geil ist. Weil die dann net aufs Aussehen gucken. Und was mit dir? Die EZ. Schon gezahlt?